God's Earth ist nun endlich rausgekommen und ich habe mir direkt das neue Adventure Pack gekauft, um euch nun den ersten Eindruck von Fasola Suchus und Oasisaurus wie auch von der Web geben zu können. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Video. So Leute, das DLC ist jetzt endlich am Start. Ich habe gerade einfach nur das Spiel gestartet und ich dachte mir, wir gucken uns das Ganze jetzt mal zusammen an. Lass uns überraschen, wie die Web jetzt aussieht. Das sieht so schon mal mega, mega sick aus. Und vor allem, wo finden wir die neuen Dinos? Wie sehen die neuen Dinos aus? Ich bin super, super gespannt. Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte hier, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr positive Werte. Das wäre super, super lieb von euch hierfür sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt. Das wäre noch viel lieber von euch, weil ich bin extra um 5 Uhr aufgestanden, damit ich euch dieses Video hier bringen kann. Von daher, ich hoffe, es wird sehr, sehr cool und ich hoffe, wir haben alle eine gute Zeit auf Scotchdorf. Wir fliegen hier mal eben ganz schnell einmal drüber, gucken uns alles so ein bisschen an. Was mich natürlich am meisten interessiert, sind die neuen Dinos, ob wir die finden können. Ich hoffe, das wird gleich eine Möglichkeit sein. Aber das hier sieht ja schon mal alles sehr, 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 sehr nice aus. Ich bin im Singleplayer unterwegs und deshalb habe ich meine Einstellung auch ein bisschen runtergestellt. Weil da läuft das bei mir alles nicht so super, super flüssig immer. Aber einen Server habe ich noch nicht am Start. Deshalb muss das jetzt erstmal hinhalten, okay? Ich dachte, wir machen das Ganze so schnell wie möglich, gucken uns das hier mal so zusammen an. Das sieht aber auch übel, übel schön aus. Ich wollte in den Spectator gehen, das habe ich irgendwie nicht hinbekommen, keine Ahnung warum. So, und dann fliegen wir hier fix lang. Und ich hoffe, dass wir natürlich gleich ganz schnell ein Oasisaurus finden. Ich habe keinen Plan, wo die spawnen. Aber ich denke mal eher so außerhalb im Desert irgendwo, weil die sind ja so groß. Die können ja nicht einfach so hier irgendwo unterwegs sein, so mittendrin. Aber bis jetzt noch nicht zu sehen. Oh, aber die Kollegen hier, was zum Teufel? Und die sind echt laut. Oh, okay. Okay, und die sind auch echt aggressiv. Was zum Teufel? Kann ich so Fotobodus und da so ein bisschen in Ruhe gucken oder eher nicht so? Warte. Oh, damn. Was? Der sieht schon crazy aus. Der sieht echt crazy aus. Was zum Teufel? Und da war noch einer. Ich habe hier noch einen gesehen. Hier noch einer, wo wir auch auf jeden Fall hingehen. Jetzt Wyvern-Schlucht. Wyvern-Schlucht will ich mir auch unbedingt angucken. Das könnte halt auch sehr, 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 sehr cool sein. Ich bin ungewohnt, wieder Wyvern auf der Web zu sehen. Vielleicht setze ich mich gleich auch mal auf deine drauf. Auf Oasisaurus will ich mich... Oh, mein Gott. Okay. Ich habe ihn entdeckt. Ey, was? So Teufel, der ist echt riesig. Das habe ich schon öfter gehört. Auf jeden Fall. Holy Moly. Was? Greift der an? Greifst du an? Bist du aggressiv oder sowas? Du bist nicht aggressiv. Du machst absolut ganz und gar nichts einfach. Kann ich irgendwas drücken bei dir oder so? Kann ich nicht. Also, ich habe noch gar keinen Plan, wie man die zähmt. Sobald ich weiß, wie man irgendwas jetzt zähmt, werde ich auf jeden Fall dazu auch ein Video machen. Ich habe heute leider einen Krankenhaustermin. Ey, man kennt das natürlich. Wieder perfekt gelegt. Und deshalb werde ich wahrscheinlich nicht so dazu kommen, alles direkt zu machen. Ich mache alles so schnell wie möglich. Okay. Oben drauf sieht wild aus. Einfach. Der hat einfach ein ganzes Land oben drauf. Und Wasser. Kann ich den so Forst-Tame? Kann ich. Okay. Das war einfach als erwartet. Und kann ich mich da drauf hocken? Oh mein Gott. Was? Was sehe ich hier? Was sehe ich hier arg? Was habt ihr wieder gemacht, ey? Ja, okay. Dann nimmt er halt meine 30 Euro. Ist okay. Ehrlich. Scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Nimm her. Ey. Das. Das ist crazy. Das ist wirklich ja mal wieder ein ganz anderes Game. Das kann nicht wahr sein. So. Was kann der schönes? Kann der irgendwas wildes, wo ich so drauf drücken kann? Und er macht das dann. Äh. Der hat hier nichts besonderes, wenn ich das richtig sehe. Ich habe irgendwie was gesehen mit im Wasser können Dinos wiederbelebt werden oder sowas. Und man muss eine Essenz in das Inventar packen. Ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze geht. Ich habe gerade nur schon mal was gesehen, dass einer am Rumprobieren war und da tote Dinos ins Wasser gezogen hat und so. Und das hat alles irgendwie nicht geklappt. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Aber crazy Gerät. Echt crazy Gerät. Was kann der so? Wenn ich C drücke, passiert irgendwas. C gehe ich runter. X gehe ich hoch. Dann links klick macht er gar nichts. Rechts klick macht er gar nichts. Hat er irgendeine Attack, wenn man landet oder sowas. Wir testen das mal eben kurz. Also ich werde euch auf jeden Fall im Laufe des Tages viel, viel mehr Informationen noch geben. Krieg's irgendwie nicht hin, den zu landen. Anscheinend bin ich zu doof. Ich habe gerade... Warte, was ist das dort für eine Anzeige? Gaias Embrace mal 2 mal 3. So, warte. Der hat keinen links klick, keinen rechts klick. Ne, der greift einfach gar nicht an, Leute. Also der ist wie ich nur so zum rumfliegen und da drauf bauen. Wir können gleich mal eben im GCM gehen und versuchen da irgendwas drauf zu bauen. Ob das alles so vernünftig geht, bin ich sehr gespannt. Gucken wir uns mal an. Warte, ich mach das mal eben. Okay, man kann hier einfach drauf bauen. Man kann sich hier einfach seine Base drauf setzen. Tatsächlich sah es auf den Bildern echt so aus, als wäre er noch viel größer, oder? Weil da waren so richtig dicke Basen drauf. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du hier deine dicke Base drauf setzen kannst. Obwohl schon. Das ist schon ein bisschen was, Leute. Guckt euch das mal an. Alter, das ist einfach crazy. Das ist wirklich crazy. Oh mein Gott. Weil ich kann nicht erwarten, den wirklich offiziell zu zähmen und damit ein bisschen Scheiße zu bauen. Guckt euch das an. Da fällt auch einfach alles runter. Ey, cooles Ding. Sehr, 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 sehr cooles Ding. Vielleicht vorstellen wir den anderen Brudi auch gleich mal. Den Fasulasuchus. Fasulasuchus, so heißt er, glaube ich. Gucken wir uns den vielleicht gleich auch mal kurz an, was der so kann. Aber Oasisaurus, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir weiter zur Drachenschlucht. Weil da bin ich auch sehr gespannt. Die will ich mir auch mal wieder angucken. Gab es die hier vorher auch schon? Ich bin mir ziemlich sicher, sowas gab es nicht vorher. Was zum Teufel, wo bin ich hier? Die ist echt sick, tatsächlich. Die sieht saukool aus. Kann man hier drin auch bauen? Habe ich von Oasis noch dabei? Hier kann man auch drin bauen. Die ist sehr, sehr cool. Die ist sehr, sehr cool. Und hier unten ist auch so ein kleines Hütchen. Hier ist eine Explorer Note drin. Die sammle ich jetzt mal noch nicht ein. Das mache ich dann im Let's Play oder so. Aber hier ist so... Oh mein Gott. Die müssen wir uns angucken. Oh. Das ist wild. Ich dachte erst, die würde vielleicht diesmal irgendwas machen. Die Arena. Weil die so auf diesem Trailerbild gezeigt wurde nochmal. Aber vielleicht ist die genauso useless wie vorher. Das kann gut sein. Aber wow. Wow, die sind auch echt krass aus. Die sieht sehr, sehr wild aus. Ey, ich kann es nicht glauben, ne? Also, Scorched Earth wird wieder ein Erlebnis sein. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Wir machen hier wahrscheinlich ein Modded Let's Play. Und im Stream werde ich das wahrscheinlich Vanilla spielen. Wir gucken mal, wie wir das Ganze machen. Einfach Wyvern-Schlucht. Guckt euch das an, Leute. Wir sind zurück in der Wyvern-Schlucht. Es gibt wieder Wyvern. Wir können sie wieder zähmen. Wir können wieder Babys ranholen und Milch holen und so ein Kram. Und die sieht halt wirklich auch schön aus. Auch sehr, sehr schön. Irgendwie sieht die da aber ein bisschen komisch aus. Und hier ist die auch ein bisschen buggy. Ich bin gespannt, ob da bald sehr viele Updates kommen. Weil ich glaube, dass vieles nicht so ganz so hinhaut, wie es soll. Glaube ich. Die haben schon so geschrieben, dass es alles ein bisschen sehr auf Zeitdruck war. Und das ist ja jetzt auch wieder zwei Stunden später rausgekommen, wo ich mir so dachte, wie kann das sein, Leute? Wie kann das sein, dass ihr auf dem letzten Drücker wieder alles machen müsst? Aber naja, jetzt haben wir es ja. Ich bin zum Glück sehr früh schlafen gegangen, um sehr früh aufzustehen. Und wir können uns hier alles ein bisschen angucken. Es sind viel, viel mehr Bäume als vorher. Also das hier ist ja alles zugeknallt. Aber wirklich komplett zugeknallt. Ich dachte, wir gucken uns, wenn wir schon dabei sind, eben einmal alle Obelisken an. Das ist grüner Obi. Grüner Obi sieht genauso aus wie vorher, würde ich sagen. Also ich sehe da jetzt nicht so viel Unterschied. Ich habe eine Hoffnung, den neuen Cave noch zu finden. Das wäre sehr, sehr cool. Angeblich soll es ja einen neuen Cave geben, der so ein bisschen mit Unterwassersachen ist und so. Da würde ich schon gerne mal reingehen. Also sehr gerne. Und wir gucken uns den roten Obi auch mal an. Und der muss halt irgendwo bei einer Oase sein, wenn wir so einen Cave finden sollten. Kein Plan, wo ich da anfangen soll. Aber ich werde auf jeden Fall gleich mal ein bisschen gucken noch. Hier, roter Obi, Leute. Sieht eigentlich auch. Also hat sich ja auch nicht so viel geändert. Vielleicht ein paar mehr Bäume. Was zum Teufel? Was haben die mit Gewitter gemacht? Was haben die mit Gewitter gemacht? Haben die das gerade gesehen? Das ist wie bei dem Titan, dem Wüsten-Titan. Dass der so Blitze nach unten schießt. Ich habe wieder alles gesehen. Oh nein, haben die die Wetter noch schlimmer gemacht als vorher? Die waren vorher schon schlimm. Tut mir das nicht an. Tut mir das nicht an. Und da haben wir ihn. Sehr schwerer Team gewesen. Hol ich, etwas passiert hinein. Lass ihn in Ruhe. Kannst du dich selber werden? Du kannst dich selber werden. Zum Glück. So, habe ich hier einen Saal am Start? Habe ich am Start. Sehr gut. Schmeißen wir direkt mal drauf und gucken, was das Schönes kann. Dann renn dich weg, mein Freund. Ich mache dich jetzt auch nicht passiv. Du musst dich werden können. Okay, du wirst direkt wieder angegriffen. Hier ist ja schon wieder alles los. Es gibt wieder Mantis, ne? Auch noch gar nicht drüber nachgedacht. So, was kannst du Schönes? Erstmal linksklick. Linksklick ist nur so ein Biss. Normaler Biss. Macht aber ordentlich Damage. Dann rechtsklick. Okay. Der hat aber Cooldown. Der hat eine ordentliche Cooldown. Ich kann das noch nicht wieder machen. Das seht ihr auch unten in der Mitte. Das war der Angriff, den ich gerade gemacht habe. Dann haben wir C. Haben wir gar nichts. X haben wir nichts. Und der kann untertauchen wie ein Reaper. Junge. Ne, eher so Basilisk-mäßig. So halb. Aber das ist nice. Das ist halt richtig cool. Was? Zum Teufel. Der kann safe noch mehr Sachen. Also ich werde es auf jeden Fall im Laufe des Tages alles rausfinden. Ich halte euch komplett auf laufende Leute. Wenn ihr alles wissen wollt um Scorched Earth rum. Dann lasst gerne ein Abo da. Ich werde euch da bei allem alles wissen lassen. Das ist der Plan. Der ist auf jeden Fall. Kann der so rausspringen und angreifen? Den Angriff werde ich natürlich jetzt mal treffen müssen. Das wäre cool gewesen. Aber das war mir wieder nicht möglich mit meinem Aim. Neuer Rechtsklick-Versuch. Ihr seid live dabei. Mantis ist auch da hinten. Ich habe gar keine Stamina auf. vor allem. Kommen Sie her, Mr. Kanu-Sir. Ich würde Sie gerne einmal abschießen. Macht kaum Damage. Ah, der rennt weg. Das ist normal. Also eigentlich würde er mich doch angreifen oder nicht. Steht da irgendwas bei? Als Beschreibung oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir werden alles rausfinden, Leute. Wir werden alles rausfinden. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Aber mir kommt es so vor, als wenn extrem viel Wasser da ist. Also viel mehr als früher. Früher habe ich mich immer sehr gequält mit Wasser hatte ich das Gefühl. Aber ich habe die Map auch ewig nicht gespielt. Das kommt auch dazu. Ich gucke halt immer noch, ob ich den Cave irgendwie finde. Vielleicht bin ich auch wieder blind, aber ich finde keinen neuen Cave bisher. Ich habe einen alten Cave habe ich schon gefunden. Da hätte ich euch noch eben reinführen können. Aber sonst hier irgendwie so ein Wasser-Cave oder so. Bisher noch nicht gefunden, leider, Leute. Ich bin auf der Suche noch nicht fündig geworden. Warte, wir sind an einem Fall dran, glaube ich. Ich glaube, wir sind an einem Fall dran. Ich bin gerade hier. Ich habe noch gar nicht geguckt. Wo bin ich genau? Warte, ich zeige euch es kurz. 21,50. Wir gehen mal runter. Vielleicht läuft schon ein Wasserfall rein. Das kann auch sein. Vielleicht ist das eine große Enttäuschung, die ich euch gerade zeige. Aber. Das ist tatsächlich wie ich, nicht wie ich war es. Ich war so happy. Ich dachte, ich habe etwas gefunden. Aber das Wasser hier ist so klar. Ich dachte, hier wäre es dann irgendwo. Schade. So, Leute. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich finde einfach den Cave nicht. Ich kann es einfach nicht ausfindig machen. Aber es ist noch 5 Uhr morgens. Ich glaube, meine Augen sind noch nicht ready. Ich bin echt gerade aus dem Bett gefallen. Denn, Leute. Ich hoffe, das kleine Showcase hat euch gefallen. Fasodasuchus. Oasisaurus. Wir haben sie uns angeguckt. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Heute über im Laufe des Tages werden noch mehr Videos kommen. Wo ich das Ganze erkläre. Was die machen. Wie die gezähmt werden. Was weiß ich nicht alles. Ich tue da mein Bestes. Wenn ich aus dem Krankenhaus wieder da bin. Auch direkt am Start. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Habt einen ganz, ganz, ganz schönen Tag. Und tschüssi.